Hallo und ja ein neues Bildchen bei mylittlepony das heißt auf ein Update ganz genau. Es kam mal wieder ein neues Update und wir haben gleich und wir haben die 100% abgeschlossen und ja es ist viel Neues dazu gekommen und ich begrüße erst mal die Leute alle und gleich bitte alter eingeben alter und das ist jetzt ungelogen aber finde ich nicht schlecht Sonderlieferung Liebe Pinkie Pie, ich habe für dich besonderes Ponygeschenk Im Ponywelt hinterlassen, halte dich danach Ausschau wenn du nächstes mal zu Besuch kommst Aha Ja Wir wissen letztes Mal bei dem Baum der Harmonie hat was geendet und jetzt geht es natürlich weiter Ich lese jetzt nicht alles vor, das können wir auch dann anhalten So und ich weiß nicht ob es ein... irgendwas müsste... Nein... So wir wollen natürlich erstmal... Bingo, die Quest abschließen... Besitzansprüche... So... Was will denn eine gute Fluttershy... Flughunde sind zurück... Und wir müssen noch mehr verscheuchen... Ja ja... So... Natürlich... Haben wir... Dadurch dass ich ein bisschen... Leider... 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 Ja... Es gab jetzt haufenweise neue Ponys... Die hier aber nicht auf... Das war... Problem sind... Es gibt leider nur noch Event Ponys... Das heißt... Zu einer bestimmten Zeit... Gibt es nur bestimmte Ponys... Finde ich ein bisschen... Schlecht gemacht... Von... Gameloft... Weil... Ja... Wenn man das in der Zeit nicht... Käuft... Dann sind die Ponys... Nicht verfügbar... Bzw. Ob man sie dann überhaupt noch kriegt... Das ist dann halt die andere Sache... Wir reisen... Und ja... Meine Freunde haben... Wir haben... Wir haben wirklich tolle Arbeit geleistet... Denn... Wir... Kommen gleich... Wohin... Aber erstmal möchte ich... Oh... Da ist ein Geschenk... Hallo... Hallo... Ein Hühn... So... Und natürlich haben wir im Inventar... Den Baum der Harmonie... Ganz genau... Das ist der Baum der Harmonie... Ein sehr schönes Objekt... So... Wir gehen mal kurz hier rein... Album... Denn... Es gibt... Wesentlich... Wenn man... Wie gesagt... Das sind alles Event Ponys... Gewesen... Die hat man nur zu einer bestimmten Zeit... Konnte man die bekommen... Und... Ja... Oh... Oh... So... Natürlich... Das sage ich jetzt mal alles außen vor... Wir reisen natürlich... Siegesgemäß... Ja... Wir reisen... Vorwitz... Der Magie... Und... Stimmt... Ja... Da war ja was... Und... Ja... Benutzen... Und... Ja... Benutzen... Und... Ja... Benutzen... Und... Ja... Benutzen... Und auch die Quest haben wir... Erfolgreich bestanden... Und da halten wir zweimal... Nach dem Sturm... Aha... Das ist kein Problem... Was will ich nochmal? Guter Rat... Und nochmal... Todems... Das ist aber jetzt... Nicht wirklich wichtig... Denn... Wir reisen jetzt zum... Der Baum... Of... Harmony... Und... Ja... Hier war mal... Letzter Stingeblieben... Zeit für meine Lieblingsbeschäftigung... Nachforschen... Du kleine... Schlaue... Wart mal da... Hm... Achso... Wir müssen die Schlüssel finden... Sorry... Ja... Da geht es nämlich weiter... Wir müssen... Ich weiß... Da haben wir schon einen Schlüssel gefunden... Weiß ich jetzt gar nicht... Das heißt... Wir reisen mal... Einmal mal... Wie weiß ich mal... Mit gor 선�аются... Um... As rapidly... Dann... OFFICIAL SI- Ich weiß noch nicht... Ich weiß noch nicht... Wann wir die Schlüssel kriegen... Halt, irgendwas gab's doch Neues. Hä? Sollte doch glaube ich neue Läden geben in Candelot. Das ist nie kaputt. Oder wir haben es nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, bei dieser Truhe geht es weiter, aber wir brauchen erstmal die Schlüssel. Aber wie man erstmal in die Schlüssel kommt, das ist halt noch so die Frage. Nicht nach Ponyville, weg da hier kleinen Böckchen. Oder kann das sein, dass wir das jeden Tag kriegen? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Das war erstmal ein kleiner Einblick und ja. Es gibt dann immer wieder mehr Folgen von My Little Pony und auch generell. Ja, also es geht weiter. Wir brauchen halt noch fünf Schlüssel, aber da müssen wir halt gucken, wie wir die kriegen. Und ja, dann würde ich sagen... Bis zum... Halt, obwohl... Die feskeln wir noch schnell weg. Wir haben ein paar noch Läden. Komm. Einmal. Nicht löschen. Und Hammer. Und... Sonderlieferung. Liebe... Oh, ein Übersetzungsfehler. Lieber... Schon gemerkt, dass die eigentlich weiblich ist, ne? Ich wollte dir dieses besondere Geschenk geben, um dir für deine Grüßigkeit zu danken. Also sieh dich nach einem Spezialpaket und kenderlaut um. Machen wir. Oh, da war jetzt irgendwas. Ich habe es aus Versehen weggedrückt. Entschuldigung. Als ich sie auch nie ankündigen können. Und im Kenderlaut. Bing. Ein kleines Geschenk. Nein, das wollte man eigentlich nicht. Eine Rolle Garn. Und da ist was Böses aufgetaucht. Was ist das denn? Der weite Trab in den Krieg. Ja, da läuft einer rum. Und wir reisen schnell mal. Ja, es wird doch noch eine etwas längere Folge. Und da müssen wir bisschen mächtig... Kann ich dir helfen? Mein Name ist Twilight Sparkle und... Ist nur ein Freund oder Feind, fragt sich das Pony. Ich versichere dir, ich bin kein Freund. Ich bin Fürst Timren. Ich habe das richtig ausgesprochen. Lord Timren. Oh. Oh, ich kenne diesen Typen. Twilight. Wenn wir ihn nicht schnell besiegen, holt sich seine Gesundheit. Oder denn? Deine Sch... Ah, guck dir mal an. Der Bösewicht. Haut's. Au. Na durch! Ach, ich freu mich. Da kann es mich gerade nicht super wohnen mal was hab. Wo denn? Hallo! es sieht ihn jemand, ich sehe ihn nicht ach so der kommt, ah ja der kommt immer erst dann raus, okay dann vorabschieben wir uns und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, denn es heißt wir machen neue Quests, bis dennoch